Chess, Leute, ready! Bis die Schule beginnt und es herrscht Und es herrscht jedes Jahr Free Olaf, ja! High five und direkt danach die Hand sinken Kurzer was zum Geputzer an den Kamm schicken Bei schönem Wetter einfach draußen kacken Messe zur Saison gar keine Auge machen Schick's doch einfach auf meinen Arsch Gib mal einen Kuss Gib mal einen Kuss Das ist mein Ziel Geh weg von mir Ich glaub, du hast dein Geschlecht verändert Ich hab kein Problem damit Du kannst gerne auch mit mir reden Bruder, dein Vater guckt zu Hallo Olaf, dein Vater Niat Der kleine Niat Der fährt Fahrrad zur Schule, Junge Der Vater hat Niat Ey, der ist Junge Oh, Free Olaf, Junge Ja, was denn? Bruder, mein Vater sitzt in der JVA Düsseldorf, Bruder Dein Vater sitzt zuhause, ich schufe alles Der ist grad an Bücher lesen, Junge Hör auf Hör auf Bruder, sowas mach ich nicht mehr Guck mal, wenn du so bist, was träumst du Was träumst du eigentlich? Den Vater, den ich nie hat Sein Name, der ist Niat Die Leute Ey, was hab ich für euch vorbereitet, Freunde? Alle von TikTok Kommt jetzt wirklich alle rüber auf Twitch Wenn was richtig cooles für euch vorbereitet, Freunde Und zwar Wir waren gerade im Kaufland Bruder, ganz ehrlich Ich schaff alles, ne Hol einfach die Scheiße und lass uns anfangen, Bruder Der juckt keinen, wo ich war gerade Und wie viele Dings Das einzige, was die Leute juckt Mein Vater Sag ich jetzt schon Kommt am 26.04. raus Wir werden das live streamen Ey, Freunde Habt ihr Bock auf einen Stream mit Niat Und Olaf Und dann noch Nasser Boah, Tschetschen Was schießt mich da? Ja Schießt mal Grüßt mal, Frohe Arnberg Freunde Wir waren gerade im Laden, der Frischhalte voll die Gurt Nicht eine, Jordan Nicht zwei Olaf hat gerade abonniert Danke Nicht drei Wer auf immer Frischhalte ohne Ende Ey, soll ich mal ehrlich sagen Ich glaube, wir sind die Streamer mit den krassesten Subs Von Community her Meinst du? Auf gar keinen Fall Chat, wir werden es Ja, dann mach doch mal Wir wickeln uns jetzt komplett in Alufolie In Frischhaltsfolie ein Und dann gibts paar Challenges Halt das fest Dann gibts paar Challenges Wie Wettessen Wie Elfmeterschießen Das hat doch nicht so viel, Junge Ey Tom Ey Du musst doch schnell ziehen, Bruder Hä? Nein, da gibts doch keine Luft Du musst kennen Ah Ja Dreh dich doch einfach Ja, ich kann doch nicht mehr laufen gleich, Junge Gib mir dich auf den Satt, Junge Ich bin gerade am Arbeiten, Mann Das ist eine Arbeit Ich schwöre, andere Leute, wippchen Ich glaube, das ist unser Job hier, ja Unsere Ahnung von den Ey, du gerade musst dich drehen Ich kriege keine Luft mehr Vielleicht auch nicht Das fühl mich gerade echt schwer, ja Freunde, wie gesagt von TikTok Was machst du denn, Mann? Du musst dich doch drehen, wir werden doch schwindelig Ja, was juckt mich da denn? Du musst dich drehen Ach Willst du was machen? Na komm her Na komm her Na komm her Na komm her Ja, mach mal weiter, Bruder Mach mal weiter Ja komm her Ja, da hast du Angst, ne? Du musst lieber Angst vor meinem Spock haben, Bruder Mach doch mal weiter, Bruder Das ist ja unkologisch nicht abhabbar Ich höre ich Ey, wer eigentlich Pischiges Der nennt sich Cornelius Frisch aus Indonesien Ja? Zweiter Monat, aber nie Einer Pürsten Cornelius, echt Hey, 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 hey Was geht, meine lieben Freunde? Freut mich, dass ich heute da bin Ich hab heute was sehr, sehr cooles vorbereitet Sehr gespannt Der Job muss sich jetzt nur noch bisschen Ja, gut, da hat es Da hat es Ich will noch ein bisschen tanzen Komm schon, Babe I got special power Was fühlst du? And not to fit Als ob so ein Paket wäre Ey, Bruder, das ist nicht lustig, Mann Du weißt, dass ich von der Straße komme, Bruder Wie heißt denn die Straße? Wie heißt dein Blog? Wie heißt dein Blog? Wie heißt dein Blog? Der Blog, der niemals schläft Wer das? Jürgen, Thomas, Stefan, Leon, Jan, Tom Kommt! Wer soll mir das denn machen, Chat, ja? Ich schnau auf alles Freunde, was werden das denn? Geile Challenges, Alter Charlie Ich hab so ein paar Ticks Und das ist... Ey, mir ist wohl schlecht geworden Ey, 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 ey Oh Gott, Bruder Was hast du vorbereitet? Wir haben heute was vorbereitet für euch Wir werden Wir sollen die Jungs werden Jetzt Ey, warte, warte Eisqueenshot Ich schwöre Eisqueenshot Mach's mal endlich Squeenshot, you man Eisqueenshot, schieb uns das auf Instagram Wir wissen doch Bescheid, Freunde 3, 2, 1 2, 3, 1 Lach Ey! Ey, Jordan, ich los Ey! Du bist Hitchen Ey, du bist Hitchen Ich bin kalt Okay, 3, 2, 1 Ich bin kalt Der küsst mich aber Bitte, bitte Ey! Ey, ey, ey Boah, zu Glück warst du da, Bruder Wir kommen zur ersten Challenge Und die erste Challenge ist eingewickelt In Frischhalter-Budie Fußball zu spielen Ey! Also In Vita schießen In Vita schießen In Vita schießen Einer geht in den Zor Einer wird schießen Ja, top Boah, Junge, lass uns das raus schießen, Bruder Der hat einen Pillertisch Bruder Samy! Samy! Bruder Was denn? Jeder von uns hat Jeder von uns hat Jeder von uns hat drei Schüsse Ne? Wenn Jordan schießt Hat der, ähm Das heißt Wenn Jordan schießt Bin ich Torwart Wenn ich schieße Ist John Torwart Ich würd sagen Schnick-Schnack-Schnack-Schnack-Schnack-Schnack-Schnack-Schnack-Schnack Ich hab's hin getragen Also Mach das Ich kann das nicht machen, Bruder Fünf Schüsse ungefähr Drei Schüsse Drei Schüsse Drei Schüsse meint ich Leg doch mal dein Ding dahin, Bruder Jeder weiß, dass du schieß Das ist Peter Das ist Peter Das ist Peter Was? Schüsse 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 Ey das war so knapp Das war so knapp Ey vorher wüsst nicht wie schwer das ist Drei, zwei, eins, drei Was? Nein! Ah! Bruder ich kann nichts machen, Bruder Ich schwör ich kann nichts machen wenn ich falle Ey bei mir geht's unten auf Du musst wieder bei mir zu machen Ey da war ich schon Ich liebe dicke fette Omas Fette Omas sind alle Ey kannst du mit deiner Nase bei mir puppeln Ich puppel bei dir Drei Zwei Eins Ey 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 Samy Ey Mach das nicht Bruder Was das? Ich schwör das gefährlich Du läufst gegen meine Füße Was? 2-0-1-1 Ey Danke für die Folgen Baby Neuerholen Dritter Versuch Von Samy Jackson Warte, warte, warte Warte Ey komm aus Ey Nein warte Du musst sagen jetzt Drei, zwei, eins wenn du schießt Bruder Sonst spring nicht und du schießt nicht Drei, zwei, eins Was? Ey 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 der war wirklich viel gesehen Im Radio ist Ey 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 Du musst Drei, zwei, eins sagen Bruder Drei, zwei, eins Nein, nein, nein Oh mein Gott ja Der scheiß Der scheiß Drei, zwei, eins Drei, zwei, eins Warte SONY Ah scheiße Ah scheiße Ey 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 Aber es geht nicht. Die zweite Challenge ist Wettessen. Und zwar habe ich jetzt gerade ein paar Leckereien vorbereitet. Du werdet die gleich sehen. Und ohne Hände, ohne Füße müsst ihr essen. Ich habe das vorbereitet. Du packst Sachen durch jeden, Junge. Komm mal her. Mein Kopf juckt. Mein Kopf juckt doch. Mein Auge juckt doch auch. Das kannst du doch danach machen. Dein T-Shirt ist das, Bruder. Bruder, bitte ich mach das ernst, Sammy. Ja, mach. Ist das doof, Bruder? Was? Was? Nein! Eiho! 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 Komm mal auf Twitch. Wie ihr euch auf Twitch erkennen könnt, habe ich hier eine leckere, leckere, leckere Mahlzeit vorbereitet. Und zwar Spaghetti a Bolognese. Wer zuerst schafft, sein Essen aufzessen, hat die Challenge gewonnen. Warum mache ich das, obwohl ich mich nicht bewegen kann? Drei, zwei, eins. Ihr dürft anfangen. Wattagolo! Wir haben gerade gegessen. Bruder, das ist so gut. Was machen wir nicht bei dir, Junge, ja? Eiho! Du sollst nicht rumlecken in deinem Essen. Ich glaube, oder? Ist das Sammy am Flühen, oder? Ist das Jordan? Ey! Ey! Was ist los? Er wird es so runterschmeißen. Die Leute haben sich doch voll vorsichtig. Er wird einfach mit dem Mund gespuckt. Oh mein Gott. Jetzt wird voll mit Scheiße. Ey, pass doch mit der Füße auf! Ey, Bruder! Ich schwöre, ich war bewusstlos. Bruder, Spaghetti ist in meiner Nase. Bruder, ich schwöre, eine Spaghetti war in meiner Nase. Ich dachte, ich bin bewusstlos. Ich glaub, das ist Tomatenstücke, Mann. Ich schwöre. Bei mir auch, Bruder. Guck mal, ich hab so gesaugt. Und ich hab ausgesehen... Mit Nase... Ba! Was ist so? Alter! Wie das jüpft, Bruder? Ey! Ah! 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 So. Sind die alles gut? Ah! Bruder, die Fakse! Ja, das fixiert wieder nichts. Hoch, hoch! Also, die zweite Challenge geht... ...an Sammy Jackson! Das heißt, 2-0 für Sammy. Der John kann noch aufholen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt zur nächsten Challenge. Und die dritte Challenge. Weil wir auf Professionalität achten, haben wir einen sehr weichen Gummiball besorgt. Das heißt, Volleyball, jetzt mit dem Kopf, da sie ja eingewickelt sind in Frischhaltefolie. Ich würde sagen, bis... ...5... ...Punkte! 5...Punkte! Ja! Also! Kommo, du Elklavifahrer! Ready? Alter! Es fliegt wie eine Statue gerade aus wie eine Kerze! Aus! Ey, ich bin so los gerade! Ah! Scheiße! Ich hab mein Zehung gekriegt! 1-0! Ja! Mein Gott, ja! Ich würde sagen, Decke zählt auch was aus. Ja! Das wir jetzt so machen, dass Decke... ...wenn ihr die Decke berührt, dass der Gegenspieler einen Punkt dann bekommt. Okay! Also, die Wand dann einfach... Ja, normal! Oh, der war drunter durch, John! Ich hab mal no help, somebody! Ja, jetzt, damit wird er nicht reichen, komm mal jetzt! Ey! Ah! Ah! Ich spür auf meinem Kopf, Bruder! Mein Kopf! Ich kann... Bist du depperd? Bist du squeezy, Junge? Bist du squeezy? Chad! Bist du squeezy? Bist du squeezy? Was für ein Foul, Junge! Der hat kein Foul! Junge, John ist klingt in den Netz gesprungen mit seinen Kopf! Reizt du für mich immer noch? 1-1! 1-1! Reizt schon, John! Wow! 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 Aus! Kein Wurz! 2-1! Mit Hals! Mit Hals! Ey, John! Ich kann nicht mehr dich aufheben, ja! Ich hab keine Kraft mehr! Lass, lass, lass! Ich mach das alleine, Bruder! Ja, geht da! 3-2-1! Oh mein Gott! Ey! Ich kann nicht mehr! Ja! Aus! Wow! 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 Der hat gezählt! Wie? 2-2! Der hat gezählt! Der hat gezählt! 2-2, Chad! Come on! Wow! Schmetterball von Sammy! Was? 3-3! Komm auf, Bruder! So sehen die Skorpels aus! So sehen die Squeezes aus! 3-3! Was ist los? Du trinkst jetzt auf einmal! Also Sammy! 4-3 für dich! Matchball! Sammy, hier! Bis 6! Bis 6! Ja! Es war aus! Squeezy! Es war richtig squeezy, aber es war aus, Bruder! 4-3! Komm auf! Ja! Ich hab keine Beweglichkeit! Ich hab keine Reflexionskraft, Bruder! 4-4! Come on, Chad! Come on! Ey, wo ist meine Schiedsrichterkleidung? Meine Schiedsrichterkleidung hat leider der andere Schiedsrichter dreckig gemacht! Ja! Deswegen ist es gerade in der Wechsel! Bitte kommen, Bruder! Ich bin gerade voller Eilat! Ich mach alles! Wer kommt jetzt? Ich zweiter muss! Er sagt in der Werkstatt! Ich schwöre! Ja! Kommt, die Kimmissi! Das war ein Netzroller! Ich führ raus aus dieser Folie! Bruder, ich krieg mein Körper! Ja, du stehst doch die ganze Zeit! Du spielst in die Ecke, Bruder! Ich muss die ganze Zeit nur so stehen! Du musst doch mal rechts links wie ich mache, Bruder! Was mach ich denn, du fette Schweine? Du hast die ganze Zeit hier hinten, Bruder! Ach! Ich bin fette Ja oder Nein! Ja! Nein! Deswegen fünf! Guck! Wie ich mache! Matchboy! Ey! Ey! Nein! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Chechibikichu! Alles umge... Oh mein Gott! Alles gebrochen! Ja! Ey! Pass auf! Nein! Es bewegt nichts! Es bewegt nichts! Warte! Zieh mich aus! Ich schwöre ziemlich aus! Scheiße! Scheiße! Warte! Ey! Sein Mikrofon! Ehrlich, Bruder! Ich steuere! Pass auf! Ey! Du hast eine Aufgabe, Jordan! Ich schwöre auf meine Mutter! Warum musst du aber alles kaputt machen? Was ist deine Beine? Falsch du mehr? Mach diesen Hundeblick nicht bei mir! So! Ey! Ich hab mich ausgeschlagen! Ich schwöre reicht, Bruder! Ich schwöre reicht, Bruder! Ey! Ich bin komplett nass, Bruder! Ey! Die Challenge hat eh der Jordan gewonnen! Ne! Er hat doch ausgeworfen! Ja, ne! Wir haben gesagt Decke! Ey! Haben wir extra so abgemacht! Baby! 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 Das heißt, 2 zu 1! Der Semmy ist am führen! Habt ihr Bock, dass wir das nochmal machen? Der Artvolle! Ja! Jetzt seid mir ehrlich jetzt! Ohne Spaß! Wie hat euch das zu gefallen? Wir versuchen seit knapp einem Jahr euch täglich mit neuen Sachen zu liefern! Das ist hart, ne? Es kann natürlich nicht immer was Neues kommen! Wir geben unser Bestes! Ich kann euch nur eine Sache sagen vom Herzen! So langsam gehen wir in die Richtung Highlights! Events! Unser eigenen Events! Mit Streamer machen! Wir waren länger genug durch! Wir werden erst einen 24 Stunden Stream in einer riesen Villa machen! Ja! Danach werden wir einen Wochen Stream in einer riesen Villa machen! Ja! Danach werden wir ein Event machen! Ja! Danach werden wir zusammen mit euch in andere Länder fliegen! Ja! Danach kommen bekannte Streamer zu uns! Ja! Danach kommt mein Vater aus dem Knast! Olaf! Danach hau ich meine Arme an in die Fresse! Nihan! Ja hau ich meinen Vater! Der kriegt einen Besen in den Arsch! Sind wir ein Team? Ja! Schaffen wir alles? Ja! Tritt Nia Tanga? Ja! Scheiße! Kommo Shit! Kommo! Ich schwöre, hör auf mein Vater! Ich schwöre, dein Vater ist einer der meisten Menschen, die ich hasse! Was? Dein Vater ist einer der wenigsten Menschen, die ich hasse! Dein Vater ist wie mein Vater! Ich will eine Sache sagen! Ehrlich, an Samys Vater! Ich liebe dich! Ich schwöre, ich liebe dich! Du bist sowas wie mein Bruder, aber nur in ältere Versionen! Ich verstehe dich so, als ob wir Freunde wären! Niatt! Und falls du das siehst, ich kauf dir bald eine Drohne! Ich schwöre! Ohne Lügen! Aber eine Sache muss ich dir sagen! Was? Ali hat in die Hose geschissen, das bin ich! Cornelius! Der kann echt... Komm! Wenn du kennst das, du kannst nicht gerade stehen, weil gerade der Kacke rauskam! Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, die Streams gefallen euch dennoch, Freunde! Auch wenn es wirklich nicht immer die geilsten Ideen sind, aber es ist schwer! Ja, hör auf mir immer so was machen, Bruder! Wir machen die ganzen Dinge direkt! Hör auf mir immer so hinterher! Okay, Storm, wir machen doch mal! Ich verstehe doch! Es ist auf jeden Fall echt cool, wirklich! Was ist morgen? Morgens Zockattack! Wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt, was wir zocken wollen! Wenn ihr irgendwas Bestimmtes von uns sehen wollt, zocken, dann schreibt uns das auf Instagram! Schreibt mir das auf Tweets! Bruder von Mutter, Alter! Danke für den geilen Stream! Einen Applaus, Chat! Wir sehen uns! In dem Sinne wollte ich noch eine Sache sagen! Dem Vater, den ich nie hab, sein Name, der ist nie hab! Danke, Bruder, ja! Nie hab!